Ja, hallo zusammen, Jessica hier und in diesem Video möchte ich euch gerne zwei Plugins vorstellen, zwei WordPress Plugins, die in Kombination miteinander ziemlich mächtig sind. Und dabei geht es um WordPress eStore und WP Affiliate. Aktuell ist es ja so, dass wir uns meistens einen Zahlungsanbieter suchen, der auch ein Partnerprogramm beinhaltet, wie zum Beispiel Digibank24 oder Shareit. Hat natürlich den Vorteil, dass man sich eigentlich um nichts mehr kümmern muss. Hat aber auch den Nachteil, dass man auch nicht wirklich was in der Hand hat und ja, eventuell auch ein paar Dinge gar nicht so steuern kann, wie man gerne möchte. Deshalb diese beiden Plugins, wir testen die gerade auf oppermarketing.de. Da haben wir so einen kleinen Shop, einen Mini-Shop, wie auch immer man das nennen möchte, eingerichtet. Was das WordPress eStore Plugin angeht, ist es so, dass ihr damit zwar auf der einen Seite einen kleinen Shop erstellen könnt, aber auf der anderen Seite auch einfach einen Add-to-Card-Button, also einen Jetzt-Kaufen-Button unter ein ganz normales digitales Produkt packen könnt, also auf eure Sales-Page, wie auch immer. Und in Kombination mit dem WP Affiliate Plugin auch euer eigenes Partnerprogramm damit erstellen könnt und nutzen könnt. Ja, das Ganze hat natürlich viele Vorteile, auch natürlich ein paar Nachteile, ganz klar. Darauf gehen wir gleich ein. Jetzt möchte ich euch die beiden Plugins erst mal vorstellen und in Action zeigen. Und wir fangen einfach mal mit dem eStore Plugin an. Wir sind hier auf der Verkaufsseite von Tips & Tricks HQ. Und ja, hier haben wir die Plugin-Features. Die sind überschaubar bzw. sehr einfach zu erklären. Man kann eben alles Mögliche verkaufen. Was mir hier sehr gut gefällt, ist eben dieser Secure Download Manager. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein E-Book verkauft und das nach dem Kauf zum Download anbietet, habt ihr ja oft das Problem, dass die Seite, wo das E-Book zum Download steht, nicht geschützt ist und theoretisch mit einer schlauen Google-Suche herausgefunden werden könnte. Hier ist es so, dass es diesen Secure Download Manager gibt. Das heißt, diese Seite bzw. der Download selbst wird automatisch von dem Plugin geschützt. Das heißt, nur jemand, der wirklich gekauft hat, kann sich das Ding runterladen. Also schon mal ein gewaltiger Vorteil gegenüber anderen Systemen. Ja, ein sehr einfacher Checkout, das zeige ich euch gleich, der mit Paypal, aber auch zum Beispiel mit Überweisung etc. funktioniert. Ja, es ist sehr einfach zu integrieren. Ihr kriegt hier eine Multi-Site-Lizenz. Das heißt, ihr könnt es auf all euren Seiten, euren eigenen Seiten nutzen. Das Design und auch die Texte sind alle anpassbar. Ihr habt eine Autoresponder-Integration. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr Aweber, Mailchimp oder GetResponse nutzt, sagen, der Käufer soll direkt auch in den Autoresponder eingetragen werden. Ja, es wird mit Shortcodes viel gearbeitet. Es gibt eben Add-ons. Das heißt, es gibt auf der einen Seite kostenlose Add-ons. Auf der anderen Seite kann man hier alle Produkte von Tipps und Tricks eigentlich miteinander irgendwie kombinieren. Die haben zum Beispiel auch ein Mitglieder-Plugin, dieses WPI-Member. Da gibt es auch eine Integration, Next-Gen-Gallery-Integration, S3-Integration. Also da seid ihr unheimlich flexibel. Ihr habt natürlich auch eine Third-Party-Integration mit API. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Dementsprechend natürlich auch ein bisschen aufwendig, sich einzuarbeiten und alles einzustellen. Aber wenn ihr das einmal gemacht habt, dann hat es sich auch wirklich gelohnt, weil ihr einfach unheimlich flexibel seid und alles selbst in der Hand habt. Gut, das sind jetzt mal die Features. Gucken wir uns doch hier doch mal eine Live-Demo an. Wir gucken uns die gleich auch noch auf unserer Seite an. Hier erstmal so die grundlegenden Sachen. Hier ist jetzt zum Beispiel links ein kleiner Shop eingebunden. Also hier ist ein Produkt angezeigt. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, so ein Produkt anzeigen zu lassen. Man kann auch nur so ein Add-to-Card-Button, also einen eigenen Button auch da hinpacken. Oder eben hier ganz nett mit einem Bild und einer Beschreibung. Hier auch nochmal eine Variante. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, hier das Ganze einzusetzen. Ja, also hier auch die ganz normalen Add-to-Card-Buttons. Eigene Buttons, wie ihr seht, das ist ja einer so ein ganz bekannter Button. Gut, Paypal Donation, also Spenden-Button einbauen. Diese Secure-Download-Buttons sind hier bei. Und das automatische List-Building ist auch dabei, dass man sich im Grunde erst eintragen muss und dann das Ganze downloaden muss. Den Preis kann man hier anpassen. Das heißt, ihr könnt auch sagen, okay, welchen Preis würdest du dafür zahlen wollen? Und so weiter und so fort. Also es sind unheimlich viele Sachen, die ihr hier einstellen könnt. Und Coupons, klar, die könnt ihr auch einstellen. Bilder ändern. Ach ja, eine Menge. Lest euch das am besten einfach mal durch. Link findet ihr unter dem Video. Ja, hier mal so die erste Demo. Jetzt die Demo, die ich jetzt mal erstellt habe. Das habe ich in dem Design gemacht. Das ist jetzt für eine Dienstleistung. Die habe ich einfach alle untereinander in Kategorien gepackt und diese Kategorie per Shortcode hier auf die Seite gelegt. Hier rechts in die Sidebar habe ich die Shopping-Card gepackt. Das sieht immer ganz nett aus. Man kann sie aber auch per Shortcode überall auf die Seite einfügen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf in den Warenkorb klicke, lädt die Seite kurz neu. Und wir haben hier rechts einen ganz netten Warenkorb. Auch diesen gibt es in verschiedenen Design-Varianten. Hier kann der Kunde die Menge auch ändern. Er kann das Produkt wieder löschen. Er sieht die Mehrwertsteuer. Er könnte das Ganze auch ohne Mehrwertsteuer anlegen. Er kann hier sogar noch eine Partner-ID eingeben, wenn er nicht schon sowieso über einen Affiliate-Link gekommen ist. Er kann den ganzen Warenkorb nochmal löschen. Er kann hier seine Zahlart auswählen. Ich habe hier jetzt mal Paypal und Überweisung gewählt. Und kann dann dementsprechend, die Buttons kann ich da übrigens auch alle einzeln nochmal anlegen. Per Paypal oder eben per Überweisung bezahlen. Wie gesagt, super flexibel. Soviel schon mal zum Frontend. Dann wollen wir uns doch mal das Backend vom WPI-Store anschauen. Das sieht wie folgt aus. Wir können hier extrem einfach Produkte hinzufügen und editieren. Das kann ich euch einfach mal zeigen. Hier, Add Product. Das Backend ist natürlich auf Englisch. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Wir können hier den Namen eingeben. Wir können den Preis eingeben. Und dann haben wir hier die vielen Möglichkeiten. Das heißt, wir können eine Beschreibung hinzufügen. Ein Subname-Image. Die Target-URL. Einen alten Preis. Das heißt, es steht dann durchgestrichen da. Und der neue Preis, den ihr hier oben eingibt, wird angezeigt. Weitere Bilder. Die Produkt-URL. Eine Kategorie könnt ihr mit zunehmend. Den Button entsprechend anpassen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel nur dieses eine Infoprodukt verkauft, einfach nur den Button entsprechend einfügen. Ja, die Display-Quantity ist nicht so einfach auszusprechen. Ja, also ihr seht schon hier, sind unheimlich viele Möglichkeiten. Hier geht es um den digitalen Content. Also wenn ihr was zum Download anbietet, dann könnt ihr das hier hochladen. Und auch hier ein Pay-Per-View sogar noch einrichten. Auch eine geniale Sache. Und ja, hier kriegt dann im Grunde der Käufer hinterher einen individuellen Link, der für eine gewisse Zeit nur haltbar ist. Also der hat ein Verwaltsdatum. Und also der wird dann nicht schlecht, sondern der ist dann einfach nicht mehr aufrufbar. Und das ist natürlich schon eine gewaltige Sicherheit dabei. Für viele sehe ich eines der interessantesten Dinge. Wir können Variationen des Produktes anlegen. Ja, wir können die Versandkosten anlegen. Haben jetzt gut digitalen Produkte und Dienstleistungen natürlich nicht, aber können wir hier anlegen. Wir können sagen, okay, wie viele Produkte gibt es, also wie viele kann man kaufen, wie viele E-Books sind verfügbar. Wir können sagen, okay, maximal kann ein Kunde so und so viel davon kaufen. Wir können Seriennummer angeben, die dann per Zufall zugeschickt werden. Hier sind die Add-on-Settings, zum Beispiel für den Stamp-the-PDF-File. Das ist ein Produkt von denen. Und das ist auch interessant, denn damit könnt ihr ein PDF mit der Signatur des Kunden versehen. Ja, also das bedeutet, dass dann eben dieses PDF auf den Kunden individualisiert wird. Die Autoresponder-Settings sind auch klar. Ja, nochmal ein paar Anweisungen an den Käufer kann man hier mit einnehmen. Subscription ist möglich. Ja, und hier auch nochmal die ganzen weiteren Optionen. Danach einfach Save Product und dann kann man das Ganze managen. Ihr könnt die Produkte in Kategorien einteilen. Auch das ist nicht schwer, so Kategorien-Namen und dann sagen, was hinzugehört. Statistiken habt ihr, wie viel ist verkauft worden, wann ist was verkauft worden und so weiter und so fort. Dann natürlich die Settings, in denen ihr die grundlegenden Einstellungen vornehmt. Das ist der erste Punkt, den ihr dann natürlich erreicht, wenn ihr das Ganze installiert habt. Sprache Deutsch, Euro, also ihr seht schon, ihr könnt es wirklich alles individualisieren und auch für deutsche Verhältnisse anpassen. Eine Terms and Conditions URL mit noch hinzufügen. Wenn ihr jetzt einen richtigen Shop damit aufbaut, macht das Sinn. Ja, also eine Menge könnt ihr hier wirklich einstellen. Ich weiß, ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber ihr müsst euch das wirklich anschauen, weil ihr da so flexibel seid. Und es ist einfach nicht schwer. Ja, einfach die einzelnen Punkte durchgehen. Wenn ihr was nicht versteht, steht es da drunter und nochmal erklärt. Zur Not auch nochmal in der Dokumentation. Und dann könnt ihr innerhalb kürzester Zeit ganz viele Produkte anlegen und die managen und verkaufen darüber. Shopping Header, Shopping Card, Widget, Titel. Also das heißt, es ist rechts diese Shopping Card, die ich vorhin gezeigt habe. Wie gesagt, die kann man auch in die Seite einbinden. Und so weiter und so fort. Hier sind die Shipping Kosten, also die Versandkosten, die Tax, also die Steuer. Die ist bei mir jetzt 19%. Es gibt sicherlich auch einige, die keine Steuer ausschreiben können, weil sie Kleinunternehmer sind. Das könnt ihr dann einfach auch hier einstellen. Ja, ihr könnt auch noch weitere Währungen eingeben. Aber das brauchen wir ja jetzt eigentlich nicht. Für die digitale Auslieferung eben hier dieser Random Code und der Download-Link. Ja, das ist, ja, wie soll ich sagen, viel. Aber trotzdem sehr überschaubar. Hier könnt ihr auch eingeben, eure E-Mails eintragen, die der Kunde nach dem Kauf bekommt. Irgendwas da stehen soll, was du kriegen willst, wenn der Kunde was gekauft hat oder so eine Notification, also eine Nachricht darüber. Dann kann man sogar noch einstellen, ob hinterher ein Käufer auch zum Affiliate direkt werden kann und so weiter und so fort. Payment-Gateaways sind hier oben noch. Das heißt, hier könnt ihr sagen, okay, Multiple, das ist eben jetzt, weil ich ja zwei habe. Einmal Paypal, auch ganz einfach einzustellen. Dann das Manuelle, also die Überweisung. Da könnt ihr auch angeben, okay, in der E-Mail steht dann, wohin die überweisen müssen. Dann gibt es noch tocheckout und authorize.net. Aber ich denke, Überweisung und Paypal sind jetzt schon mit die bekanntesten und wichtigsten. Und was viele immer wieder vergessen, ist, dass ihr mit Paypal auch Lastschrift und Kreditkarte eigentlich akzeptiert. Denn jemand, der keinen Paypal-Account hat, kann auch ohne diesen mit Paypal bezahlen. Und zwar per Lastschrift und per Kreditkarte. Das heißt, ihr habt hier eigentlich vier Zahlungsmethoden. Einmal Paypal selbst, dann über Paypal-Kreditkarte, dann über Paypal-Lastschrift und dann nochmal die Überweisung. Und das sollte doch reichen, meine ich. Ja, Autoresponder-Settings, klar. Gebt ihr eure API ein. Die Add-on-Settings, wie ich euch vorhin schon gesagt habe, das Produkt arbeitet ja mit mehreren Produkten, auch von Tipps & Tricks von den Anbietern. Und ja, das könnt ihr hier alles einstellen. Und die Third-Party-Integration. Also ihr seht, es ist viel. Aber man kann das eigentlich ziemlich schnell alles einrichten. Klar, die Produkte müsst ihr anlegen, auch mit den Beschreibungen und so. Und dann passt es. Ja, und das jetzt dazu, zu WPI-Store. Hier nochmal kurz die Übersicht, wie das aussehen kann. Wie gesagt, ihr könnt auch einfach mit den ganz normalen Buttons arbeiten, wenn ihr irgendwie eine Sales-Page habt oder so und es da drunter packt. Ja, wirklich nicht schwer. Ja, so. Das ist aber eigentlich jetzt nur, sag ich mal, die Brücke zu dem Affiliate-Plugin. Denn oft ist es so, dass viele eigentlich nur einen Zahlungsanbieter wählen, weil sie eben ein Affiliate-Programm benötigen. Ja, und wenn man WordPress hat, dann kann man das aber unheimlich einfach einrichten, wie zum Beispiel eben mit diesem WP-Affiliate-Plugin von Tips & Tricks. Und in Verbindung mit dem E-Store oder auch WPI-Member etc. ist es eigentlich eine ziemlich coole Angelegenheit, weil ihr alles in eurer Hand habt. Das Plugin selbst ist eigentlich fast noch umfangreicher als das WPI-Store, weil ihr da auch so viele Sachen einstellen könnt. Aber ich gehe das nochmal hier jetzt auch mit euch durch. Also das Ding heißt WPI-Affiliate-Plugin. Einfache Installation, Realtime-Reporting. Auf zwei Ebenen könnt ihr Affiliates anwerben. Das heißt, ihr könnt einstellen, ob euer Affiliate selbst nochmal einen Partner werben kann und dafür, weiß ich nicht, 5% oder so bekommt von den Umsätzen des Partners. Ihr könnt die Affiliates managen, unheimlich einfach. Affiliates können auch selbst in ihrem Mitgliederbereich noch ein paar Einstellungen vornehmen. Auch hier wieder Autoresponder-Integration. Das heißt, Affiliates können direkt in euren Autoresponder eingetragen werden, weiß ich nicht, in eure Liste Partner oder so. Ihr könnt unlimitiert viele Affiliates anlegen. Auch dieses Plugin ist wieder mit einer Multi-Site-Lizenz. Das bedeutet, auf all euren Seiten könnt ihr das installieren. Arbeitet eben mit vielen Shopping-Cards auch zusammen und eben auch mit WPI-Store. Wenn ihr natürlich die eigenen Plugins von den Anbietern hier benutzt, habt ihr insgesamt sehr viel einfacher. Das heißt, eigentlich erkennt das Affiliate-Plugin bzw. das WPI-Store-Plugin schon, dass ihr jetzt das andere, also das Pandora dazu installiert habt. Und da müsst ihr eigentlich fast nichts mehr einstellen. Das macht natürlich Sinn und ist auch vorteilhaft und ist auch insgesamt günstiger, als wenn ihr jetzt mit anderen Shopping-Card-Plugins arbeiten würdest. Sag ich jetzt einfach mal. Gibt natürlich kostenlose, aber das ist ja immer so eine Sache. Ja, das, was hier noch ist, das Affiliate-Plugin ist auch mit Wistlist-Member kompatibel, also es kann integriert werden. Developer-Integration ist auch klar, also diese Third-Party-Integration und so weiter und so fort. Und auch hier zeige ich euch jetzt mal eine Demo, denn es gibt die Möglichkeit, dass die Affiliate-Area, also wo die Affiliates sich einloggen und anmelden können, einmal als eigene Seite gilt. Das ist das hier dann zum Beispiel. Ich logge das mal eben aus. Das könnte dann zum Beispiel so aussehen. Ich zeige euch gleich noch eine andere Variante. Und dann gibt es zum Beispiel noch die eingebettete Version. Das heißt, ihr könnt sagen, okay, meine Affiliate-Plattform soll eine eigene Seite haben, natürlich auf der WordPress-Installation. Das sieht dann so aus. Da kann man noch was hinschreiben, das zeige ich euch nachher noch. Oder ich möchte das in meine Seite integrieren. Das zeige ich euch auch gleich bei Wuppermarketing.de haben wir das nämlich gemacht. Und dann sähe das zum Beispiel so aus. Und ganz wichtig, ihr hier könnt alles an Text abändern. Das heißt, hier steht es jetzt alles auf Englisch, aber das könnt ihr auch auf Deutsch machen, was ja sinnvoll ist. Und ja, das ist auch wieder eine ziemlich coole Angelegenheit. Was ihr hier habt, ist die Auszahlung eurer Affiliates. Das müsst ihr natürlich selbst übernehmen. Da könnt ihr sagen, okay, einmal im Monat kommt eine Auszahlung. Die kommt per Paypal an die Affiliates. Das heißt, die Affiliates brauchen einen Paypal-Account. Ja, und das Plugin an sich ist halt auch extrem umfangreich. Ihr könnt Banner anlegen. Ihr könnt eure Affiliates managen, hinzufügen, wegnehmen. Auch hier auch ein Paypal-Lead machen. Das heißt, ihr könnt auch den Affiliates etwas dafür bezahlen, dass sie euch ein Lead geben. Also jemand, der sich in eurer Newsletter-Formular einträgt. Ja, eure Affiliates. Ihr könnt die Provisionen pro Produkt dann festlegen. In Verbindung mit dem WPI-Store dann zum Beispiel. Ach, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch alles sagen soll. Das ist so viel, wo ihr einfach so viel freier seid, als wenn ihr mit einem Zahlungsanbieter arbeitet. Also ich sage jetzt nicht, dass es schlecht ist. Denn bei einem Zahlungsanbieter habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr euch um nichts kümmern müsst. Also das heißt, die Rechnungen werden automatisch erstellt. Die Affiliates werden von den Zahlungsanbietern ausgezahlt. Ihr kriegt euer Geld. Das sind natürlich ganz viele Vorteile, die ihr jetzt hier nicht habt. Das heißt, Rechnungen müsstet ihr manuell erstellen, wenn eben ein Kunde eine Rechnung anfordert. Oder ihr das per Hand dann macht. Und dem die sowieso schickt. Und ihr müsst eure Affiliates manuell auszahlen. Allerdings seid ihr dann wirklich unabhängig und habt, wenn jemand kauft, das Geld sofort. Und ihr könnt wirklich, ihr habt über alles die Kontrolle. Und wenn jetzt da nicht jemand ist, der irgendwie tausende von Produkten pro Tag verkauft, dann sollte so eine Rechnung schreiben. Oder einmal im Monat die Affiliates per Massenpayout zu bezahlen, glaube ich, jetzt nicht so das größte Problem sein. Also das muss man immer abschätzen. Ich denke, für kleinere Shops und für eben so ein paar Produkte, einzelne Produkte, Kurse, was auch immer, macht das Sinn. Eine einzige Sache ist jedoch schwierig. Denn wir wissen ja, hier in Deutschland ist Paypal und Abo so eine Sache. Es funktioniert nicht wirklich. Wenn dann meistens so mit Kreditkarte. Aber auch das scheint nicht so ganz zu funktionieren. Das heißt, diese Variante mit dem WP Isto und mit dem WP Affiliate Plugin ist nicht unbedingt für Abozahlungen zu empfehlen. Was ihr dann natürlich machen könnt, ist zu sagen, okay, das Ding kostet im halben Jahr. Also das heißt, die Kunden müssen jedes halbe Jahr bezahlen, so und so viel. Und ihr schickt denen dann einfach eine Rechnung. Das ist möglich. Aber ansonsten ist es natürlich hier auf der amerikanischen Seite, klar, eigentlich integriert. Das heißt, wenn ihr mit Paypal oder mit anderen Anbietern arbeitet, dass ihr dann noch Abo-Modelle nutzen könnt, weil das Ganze zum Beispiel auch mit diesem Mitglieder-Plugin von denen zusammenpackt oder passt oder mit Wishlist-Member, dann kriegen auch die Affiliates immer ihre monatlichen Zahlungen. Aber das funktioniert eben hier in Deutschland noch nicht ganz so. Wir suchen gerade noch eine Lösung, vielleicht auch mit einem anderen Zahlungsanbieter. Statt Paypal sind ja noch ein paar andere möglich. Oder eben immer von Hand. Das muss man dann abschätzen vom Aufwand her. Aber wenn ihr auf jeden Fall ein Produkt habt, das nur eine Einmalzahlung hat oder vielleicht eine jährliche Zahlung, dann ist es auf jeden Fall zu empfehlen, wenn ihr einfach in dem, was ihr machen wollt, freier sein wollt und unbestimmter und einfach auch euer Geld sofort haben wollt und nicht darauf angewiesen seid, dass eben der Zahlungsanbieter erst ab 50 oder ab 100 oder ab 1000 Euro auszahlt und ihr dann monatelang darauf warten müsst, bis euer Geld kommt, weil vielleicht gerade diese Grenze nicht erreicht ist. Okay, zurück zu WP Affiliate. Ich habe hier das Ganze auch mal integriert. Das seht ihr hier. Das habe ich dann übersetzt. Das heißt, ich konnte hier im Backend einmal den Text so schreiben, wie ich es möchte. Hier kann man sich anmelden und einloggen. Anmelden ist ganz einfach. Klickt man drauf und dann kann der Interessent oder der Affiliate sich hier anmelden. Er muss einfach einmal alles eingeben und bekommt dann eine Nachricht und kann sich dann in sein Affiliate-Menü einloggen. Das kann er dann hier mit dem Login machen und kann dann ganz einfach seine Daten eingeben. So, mit seinem Login einloggen und fertig. Intern, habt ihr vorhin schon kurz gesehen, hat man eben die Statistiken und die Banner und alles Mögliche. So, das ist es, WP Affiliate. Auch links wie WPI Store auf der linken Seite in WordPress. Auch hier als allererstes wieder die Einstellungen, die auch wieder unheimlich flexibel sind, auch wieder Deutsch. Die URLs, am besten guckt ihr euch die einzelnen Sachen an, lest, was drunter steht und stellt es dann dementsprechend ein. Das ist wirklich nicht schwer. Wie gesagt, ist auf Englisch, aber trotzdem kann man es, glaube ich, ganz gut verstehen. Hier gehen wir es einfach mal durch. Ihr könnt fixe Provisionen angeben für alle Produkte beispielsweise. Ihr könnt aber auch Default-Provisionen angeben und pro Produkt hinterher die Provisionen ändern. Dann hier ist eben dieses Second-Tier-Affiliate-Settings, das heißt, jemand, der eben auf der zweiten Ebene als Affiliate sich registriert. Da bekommt der erste 5% immer vom Umsatz in ReCapture. Das ist auch klar, damit ihr eben den Capture unten habt. Ja, dann ist das hier diese Index-Page, die ich euch gerade gezeigt habe. Hier mit dem Text, den könnt ihr hier also eingeben. Ganz flexibel. So, dann habt ihr hier noch eben die Card-Integration mit anderen Shopping-Cards. Hier ist zum Beispiel, da ich das in Verbindung mit dem WPI-Store benutze, alles schon eigentlich automatisch eingestellt. Hier könnt ihr mit dem Lead-Capture arbeiten. Das funktioniert mit Contact Form 7. Wie gesagt, darüber können auch Affiliates was verdienen, wenn ihr das so einstellt. Die E-Mail-Settings sind klar, das heißt, ihr könnt festlegen, was soll der Affiliate für eine E-Mail bekommen, wenn er sich registriert hat. Was möchte ich für eine E-Mail bekommen, um zu sehen, der und der hat sich gerade registriert. Auto-Responder-Settings auch klar. Und User-Settings sind, denke ich, auch selbstredend. Ja, das heißt hier, was ich vorhin gesagt habe, dass jemand, wenn sich jemand als User zum Beispiel einloggt oder registriert beim Blog, dass er zum Beispiel sofort als Affiliate auch erkannt wird. Das ist zum Beispiel ganz interessant. Dann hier zum Beispiel Managed Affiliates. Da könnt ihr eure registrierenden Affiliates managen, also bearbeiten. Das funktioniert einfach über das Mitgliedermenü, beziehungsweise über die Benutzerverwaltung. Ihr könnt Affiliates hinzufügen oder auch löschen und auch sperren. Dann könnt ihr eure Werbung hinzufügen. Das erschreckt euch nicht, das ist ein bisschen zu groß geworden, das Bild. Ihr könnt halt Banners und Banner und Links hinzufügen zum Beispiel. Und ja, hier addbannerlink. Dann Bild hinzufügen. Die URL dafür, den Ankertext, beziehungsweise Alttext. Und eine Beschreibung auch noch dafür. Dann wird hinterher für den Affiliate in seinem Mitgliederbereich das alles angezeigt, schon direkt zum Einbinden per HTML. Die Leads könnt ihr managen, ist auch klar. Die CTRs messen, die Payouts, also das heißt, die Auszahlungen machen. Ihr könnt jederzeit eigentlich ein Affiliate auszahlen. Ihr könnt aber auch diesen Mass-Payout machen, das heißt, das Plugin generiert euch dann eine CSV-Datei zum Runterladen mit allen aktuellen Auszahlungen und allen Paypal-Adressen. Die wiederum könnt ihr bei Paypal über das Mass-Upload hochladen und dann im Grunde mit einem Klick alle eure Affiliates auszahlen. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch einzeln machen. Ist gar nicht so schwer. Ja, so, das ist jetzt mal wirklich ein Überblick. Ich weiß, das Video ist unheimlich lang geworden, aber ich wollte euch die beiden Plugins in Kombination miteinander gerne vorstellen, weil wir das jetzt eigentlich schon ziemlich positiv getestet haben. Wir werden es natürlich noch weiter testen, auch mit anderen Produkten, also nicht nur mit so einer Art Minishop, sondern auch mit digitalen Produkten. Und wir werden halt mal schauen, wie das Affiliate-Programm so ankommt, das eigene. Was ihr natürlich bedenken müsst, wenn ihr diese beiden Plugins installiert, gelten die immer pro Domain. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt auf wupamarketing.de habe ich das installiert, das heißt, auf allen wupamarketing.de-Seiten wird der Cookie gesetzt. Bei dem WP-Affiliate-Plugin könnt ihr übrigens selbst einstellen, was für ein Cookie gesetzt wird, also wie viele Tage der Cookie dauern soll. Und dann ist es so, dass wenn jemand eben auf einen Affiliate-Banner klickt und auf eure Seite kommt, egal wo er auf die Seite hinkommt, auch wenn er dann mit Opt-in arbeitet und so, dass er dann, weiß ich nicht, drei Wochen später dann erst kauft und ihr die Cookie sowieso auf 60 Tage gestellt habt, dann auf jeden Fall dem Affiliate das zugeordnet wird. Und ja, das finde ich schon ganz praktisch. Aber wie gesagt, es ist immer pro Domain. Das heißt, wenn ihr dann mit einer anderen Domain arbeitet, müsst ihr die Sachen nochmal installieren. Auch das ist vielleicht ein kleiner Nachteil, aber auch nur, wenn man wirklich mit vielen unterschiedlichen Sachen arbeitet. Ich sehe diese beiden Plugins für, ja, kleinere Projekte ziemlich praktisch. Auf der anderen Seite, wenn ihr halt unheimlich viele Sachen macht, dann magst du ein Zahlungsanbieter sicherlich sinnvoller sein. Das für kleinere Sachen, für kleinere Shops oder eben für einzelne Produkte sehr interessant, weil ihr einfach die Flexibilität habt und die Übersicht habt und alles in eurer Hand habt. Und ja, ich glaube, das war es jetzt auch schon. Ich packe euch die Links zu den beiden Plugins unter das Video. Und ja, das Video ist ein bisschen durcheinander geworden. Ich hoffe aber, ihr konntet es verstehen und konntet so einen kleinen Einblick in diese Plugins bekommen und habt es auch so ein bisschen verstanden, was ich hier erzählt habe. Ich hoffe aber doch schon und denke doch schon. Und ja, das war es dann jetzt erstmal. Guckt euch das mal an, wenn ihr ein bisschen flexibler sein wollt, was die Zahlungsgeschichten und Affiliate-Geschichten angeht. Und dann sage ich jetzt einfach mal, bis dahin, viel Erfolg. Tschüss, eure Jessica. Ciao.